Diese Woche beginnt die Skorpionssaison. Das wird eine Zeit, in der wir hinter die Kulissen schauen und in der Geheimnisse aufgedeckt werden. In der Liebe unterstützt Venus alle, die gern jemand kennenlernen möchten. Auch Mars zeigt sich noch von seiner guten Seite, doch im Kosmos braut sich wieder was zusammen. Mehr dazu und wie wir die Woche trotzdem genießen können, das erfahrt ihr in diesem Beitrag. Herzlich Willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast mit den Tendenzen für die Woche vom 21. bis 27. Oktober 2024. Die Woche beginnt mit einer scharfen geistigen Energie, sehr gut geeignet, um den ein oder anderen Skandal aufzudecken. Die Sterne stehen super für alle, die an einem heißen Thema dran sind und intensiv und tiefschürfend dazu forschen und schreiben wollen. Denn Merkur steht jetzt im durchdringenden Skorpion und interessiert sich für alles, was hinter den Kulissen passiert. Und er verbindet sich mit Prüfungsplanet Saturn, der auch nichts dagegen hat, wenn Ungereimtheiten aufgedeckt werden. Es könnten also wieder mal einige Wahrheiten ans Licht kommen, die dem ein oder anderen nicht gefallen, die sich aber als ziemlich hieb- und stichfest erweisen. Vielleicht handelt es sich auch um weltweite Nachrichten, die großes Aufsehen erregen, weil etwas bisher Verworrenes endlich geklärt werden kann. Der kriegerische Mars zeigt sich diese Woche von seiner sanften und konstruktiven Seite. Er bildet eine schöne Konstellation für tatkräftige Hilfsbereitschaft und Unterstützung. Also wenn ihr jetzt im Einsatz seid, um jemandem zu helfen, sei es als pflegende Angehörige oder in einer Charity oder einfach nur so privat, dann erreicht ihr diese Woche gute Fortschritte und dabei fallen euch wahrscheinlich sogar ganz überraschende Lösungen ein, die ihr bisher noch gar nicht so auf dem Schirm hattet. Solltet ihr selbst in einer Situation sein, dass ihr Hilfe braucht, zögert nicht darum zu bitten, sowohl auf der privaten Ebene als auch bei staatlichen Institutionen. Das ist die richtige Woche für sowas. Wir haben auch gute Heil-Aspekte in dieser Woche. Auch da können wir Fortschritte machen, wenn wir uns zum Beispiel mit einem hartnäckigen Gesundheitsproblem herumschlagen. Diese positiven Aspekte halten an bis zum Wochenende und sollten sich für euch wirklich Chancen ergeben, zu helfen, zu heilen oder selbst geholfen zu bekommen, dann zögert nicht, sie auch zu ergreifen. Warum das so wichtig ist, dazu kommen wir gleich. Erwähnen möchte ich vorher noch, dass auch Venus, die jetzt im kameradschaftlichen Schützen steht, günstig für alle Singles steht, die gerne flirten möchten. Sie unterstützt uns aber auch ganz generell, wenn wir neue Beziehungen anbahnen wollen, auch berufliche, oder wenn wir in bestehenden Beziehungen etwas Schönes miteinander unternehmen wollen. Ein besonders guter Tag ist hier Freitag, der 25. Oktober. Da steht auch der Mond im Partyzeichen Löwe. Das ist definitiv in dieser Woche der beste Abend, um auszugehen und zu feiern. Deshalb verschiebt nette Treffen und Einladungen nicht auf ein ungewisses Später. Alles, was ihr jetzt an positiven und verbindenden Erfahrungen mitnehmen könnt, solltet ihr nicht versäumen. Und jetzt will ich euch verraten, warum das so wichtig ist. Es bahnt sich nämlich eine neue große kosmische Challenge an, die sich wahrscheinlich wieder auf der Weltbühne zeigen wird. Und die hat mit dem mächtigen Pluto zu tun, der in den nächsten Tagen und Wochen einige Konfrontationen eingehen wird. In dieser Woche ist es die Sonne, die Königin unseres Sonnensystems, die ihn herausfordert. Nächste Woche ist es dann Kampfplanet Mars. Beides sind Konstellationen, die auf größere Verwerfungen hinweisen, wo wir wieder gute Nerven brauchen und bei uns selbst bleiben müssen. Vielleicht sollten wir sogar mal auf Nachrichtendiät oder überhaupt Social-Media-Diät gehen, bevor wir uns aufregen. Wenn die Sonne einen Konflikt mit Pluto hat, geht es um Macht und Machtkonflikte. Ich möchte gar nicht spekulieren, wer da wieder auf der Weltbühne mit wem aneinander gerät. Dafür gibt es Spezialisten, wie meinen lieben Mann Ray. Der hat einfach das Mindset, dass er sich mit solchen Sachen auseinandersetzen kann, ohne durchzudrehen. Lest seinen kostenlosen Newsletter, wenn ihr von den Tendenzen auf der Welt wissen wollt und was sie für die Weltwirtschaft bedeuten. Wir bleiben lieber bei unserem Privatleben. Auch da kann es schließlich zu Machtspielchen kommen und zu Verwicklungen, die damit zu tun haben, wer das Sagen hat und wer sich zu Hause vielleicht unterdrückt fühlt. Die erste kritische Phase ist hier von Samstag, dem 19. bis Mittwoch, den 23. Oktober. In dieser Zeit müssen wir aufpassen, dass nicht aus kleinen Anlässen ein großer Streit wird. Das gilt sowohl für unsere privaten Beziehungen als auch beruflich und da könnte uns eine Situation sogar den Job kosten, wenn sie außer Kontrolle gerät. Also ich empfehle, den Ball flach zu halten, wenn möglich und Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. In diese Zeit fällt ein sehr wichtiger kosmischer Energiewechsel. Am 23. Oktober um genau 0.14 Uhr betritt die Sonne dieses Jahr das dunkle Reich des Skorpions. Nun beginnt eine Zeit, die viele mystisch, andere aber auch als düster empfinden und das nicht ohne Grund. Denn jetzt regiert der intensive Skorpion und sein Herrscher ist niemand anders als Pluto. Das heißt, sobald die Sonne sich im Skorpion befindet, wird die Suche nach der Wahrheit verstärkt, die Merkur im Skorpion zusammen mit Saturn bereits in die Wege geleitet haben. Der Skorpion möchte den Dingen auf den Grund gehen. Er ist intensiv und radikal, nach dem Motto, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Deswegen ist er aber auch unbedingt loyal. Egal, ob er dein Freund ist oder dein Gegner, das ist eine Sache fürs Leben. Oder wie mal ein Skorpionmann zu mir sagte, mit mir ist es eine Sache auf Leben und Tod. Deswegen gilt das Zeichen Skorpion als sehr geheimnisvoll und auch als sexy, wenn man das mag, dieses Absolute, dieses sich komplett einlassen. Auf jeden Fall ist der Skorpion spannend und er scheidet die Geister. Die einen lieben die Skorpionenergie, die anderen mögen sie gar nicht. Aber das Skorpionthema lässt wohl niemanden kalt. Kommentiert mir doch mal hier, wie ihr das Zeichen Skorpion und die Zeichen Skorpionenergie so empfindet. Möchtet ihr euch gern einem Skorpion ergeben und euch von ihm fesseln lassen oder bleibt ihr lieber auf Abstand? Ich finde Skorpione sehr fesselnd, aber ich bin ja auch Steinbock, da passt das. Ich fühle mich auch immer wieder hingezogen zu Menschen, die den Mond im Skorpion haben. Das sind sehr intensive und gleichzeitig sehr loyale Wesen. Was mich darauf bringt, kennt ihr euer Horoskop noch gar nicht so genau und seid jetzt neugierig geworden, ob ihr vielleicht auch was Spannendes im Zeichen Skorpion habt oder ob ihr von der Skorpionenergie profitiert, wenn ihr nämlich Planeten oder sensitive Punkte im Krebs, Jungfrau, Skorpion, Steinbock oder Fische habt? Dann besucht mich auf Instagram und kommentiert einfach Horoskop. Dann erhaltet ihr von mir einen schnellen Überblick, wo alle Planeten und sensitiven Punkte bei euch im Geburtshoroskop stehen. Königin Sonne verabschiedet sich zum Wochenende hin aus dem Konfliktaspekt mit Pluto und wir bekommen eine Verschnaufpause, bevor sich dann der nächste Konfliktaspekt mit Krieger Mars aufbaut. Das schauen wir uns dann aber im nächsten Wochenhoroskop genauer an. Am Wochenende könnte die Stimmung ein bisschen getrübt sein, denn unsere Wohlfühlplaneten Venus und Mond werden vom mürrischen Saturn ausgebremst. Da fühlt man sich oft müde oder lustlos oder manchmal auch ungeliebt oder man ärgert sich, dass man nicht genug Geld hat, um sich etwas Schönes zu gönnen. Wenn ihr also am Wochenende das Gefühl habt, dass euer Schatz nicht lieb genug ist oder wenn ihr selber keine Lust habt, es euch irgendwie nett zu machen, dann macht euch das nicht zum Vorwurf. Ihr könnt es auf die Sterne schieben. Das kosmische Wetter ist dann eben ein bisschen grau. Wenn wir Glück haben, scheint trotzdem die Sonne und das kann dann schon wieder helfen. Immerhin steht ja die Venus im sonnigen Schützen. Das waren die Tendenzen der 43. Kalenderwoche. Wie sich die Konstellationen für euer Sternzeichen auswirken, das erfahrt ihr im großen Monatshoroskop für den Oktober. Und wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Am besten ihr abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen für die Benachrichtigungen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.